Moschusochsen Autoseltsamkenzi Die Filmbilder hat der Autoseltsamkenzi selbst gedreht. Der Moskusochse, Ovibos moschatus, auch als Bisamochse oder Schafsochse bezeichnet, ist ein Paarhufe aus der Unterfamilie der Ziegenartigen, Caprine. Die bis zu 1,50 Meter hohen männlichen und bis zu 1,30 Meter hohen weiblichen Tiere sind Bewohner der arktischen Tundrin und heute in Grönland, Kanada, Sibirien und Alaska zu finden. Kleinere Herden leben auch in Norwegen und Schweden. Die Vorläufer der heutigen Moschusochsen begannen sich vor etwa einer Million Jahren in der Tundra des nördlichen Zentralasiens zu entwickeln. Die ältesten Fossilien der Moschusochsengattung Ovibos wurden in Deutschland gefunden und stammen aus der Mindeleis-Zeit. Diese Pleistocenen-Moschusochsen unterscheiden sich von der heutigen Form durch größere Körpermaße und sonstige Merkmale und werden deshalb zoologisch meist als eigene Art, Ovibos palantis im Gegensatz zu Ovibos moschatus, eingestuft. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckte sich über die nördlichen Teile Eurasiens und Nordamerikas, das sie vor etwa 500.000 Jahren über die Beringstraße erreichten. In besonders kalten Zeitabschnitten drangen sie weit nach Süden vor und gelangten bis nach Ungarn, Frankreich und vermutlich sogar Nordspanien. Am Ende der Würmeiszeit gingen vor allem die Bestände der eurasischen Vorkommen zurück, vermutlich durch das verschwinden der Mammutsteppen und trockenen Tundraen verursacht, die durch den Muschusochsen als Lebensraum wenig zusagende feuchte Moostundraen und dichte Wälder abgelöst wurden. In Eurasien hielten sie sich am längsten auf der Taimur-Halbinsel, von wo sie erst vor etwa 4000 Jahren verschwanden. Das Aussterben dieser Muschusochsen fällt zeitlich mit dem der letzten Mammuts auf der nordsibirischen Wrangelinsel zusammen. Im Norden von Nordamerika und in Nordost-Grünland überlebten die Muschusochsen dagegen bis in die Gegenwart. Paläontologische Funde zeigen, dass der Muschusochse die letzte nicht ausgestorbene Art eines mehreren Arten umfassenden Hornträgerzweiges ist. Sein Überleben verdankt der Muschusochse offenbar der Anpassung an extrem kalte Standorte. Die ausgestorbenen Arten waren dagegen an wärmere Klimazonen angepasst, z.B. der Präovibus Priskus, der trotz dieser Bezeichnung kein Vorläufer, sondern eine parallel zu Ovibus Moschatus existierende Art darstellte. Während des Pleistocens war der größer und schlanke als Ovibus Moschatus gewachsene Helm Moschusochse, Symbos Cavifrons gleich Bortherarium Bombifrons oder Bortherarium Sargenti, in Nordamerika weit verbreitet. Mit der Bestimmung seiner Fossilfunde tat sich die zoologische Forschung schwer, zunächst hielt man den Helm Muschusochsen für eine ausgestorbene Bisonat, Bison ab Palaciculus, dann wurde Bortherium, heute allgemein als Weibchen von Symbos Cavifrons eingestuft, als eigene Gattung beschrieben. Andere fossile Moschusochsen waren Eukerathiarium colinum, eine an Gebirgsgegenden angepasste Moschusart, und Sorgelia maufieldi. Ihren Namen verdanken die Moschusochsen dem Umstand, dass die Männchen zur Paarungszeit eine Substanz in den Urin abgeben, die Moschusartig süßlich riecht. Eine Moschusdrüse wie etwa der Moschushirsch besitzen die Moschusochsen nicht. In Inuktitut, der Sprache der Inuit, heißt der Moschusochse Omimac, de hattier mit Fell wie ein Bart von Omik, Bart. Der lateinische Art Name Ovibos bedeutet Schafsochse und geht auf die obsolete Annahme zurück, Moschusochsen seien eine Kreuzung aus Rindern und Schafen. Über die ursprüngliche Abstammung ist bislang jedoch nur wenig bekannt. Man weiß nur, dass eine Verwandtschaft mit Ziegen oder Schafen besteht, obwohl Moschusochsen auch eine Reihe von Rindermerkmalen aufweisen. Heute leben Moschusochsen in größerer Zahl in Grönland, Kanada, Sibirien und Alaska sowie als kleinere Herden in Norwegen und Schweden. Allerdings ist nur ihr Vorkommen im Norden Kanadas und im Nordosten von Grönland natürlichen Ursprungs. In Alaska wurden die Moschusochsenbestände um die Wände zum 20. Jahrhundert ausgerottet. Eine Wiederansiedlung gelang, nachdem grönländische Moschusochsen in den 1930er Jahren auf der vor der Westküste Alaskas gelegenen Insel Munivak ausgesetzt wurden und sich von dort wieder entlang des arktischen Festlands verbreiteten. Auf der russischen Wrangelinsel lebt mittlerweile eine Herde von etwa 100 Tieren. Wiederansiedlungen in anderen Regionen Grönlands, in Sibirien und in Norwegen verliefen ebenfalls ganz erfolgreich. Im norwegischen Dovreville-Nationalpark bedurfte es allerdings 20 Jahre dauernder Versuche, bis 1947 die Wiederansiedlung einer Moschusherde gelang. Heute in Schweden lebende Tiere entstammen einer aus einem Bullen, zwei Kühen und zwei Kälbern bestehenden Herde, das 1971 von Norwegen hierher wechselte. Auch auf der im Nordpolarme ergelegenen russischen Wrangelinsel, die 2004 von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde, konnten Moschusochsen nachhaltig ausgesetzt werden. Sie bilden inzwischen eine Herde von etwa 100 Tieren. An Siedlungsversuche auf Island sind dagegen bislang gescheitert, siehe auch die Untergefährdung aufgeführte Bestandstabelle. Moschusochsen bevorzugen als Lebensraum Niederschlags am Metun drehen. Sie tolerieren große Kälte, sind aber empfindlich gegen anhaltende Feuchtigkeit. Überwiegend halten sie sich in tiefer gelegenen Ebenen und Flusstälern auf, in denen sich während des Sommers Schmelzwasser und die geringen Niederschläge auf dem Permafrostboden sammeln und eine für arktische Verhältnisse saftige Vegetation wachsen lassen. Sie ernähren sich von Holzgewächsen wie Birken und Weiden, von denen sie die Blätter abstreifen, und von Kräutern wie Sauergräsern, Süßgräsern, Flechten und Mosen. Männliche Tiere weisen nur während einer Zeit von zwei Monaten im Jahr eine positive Nahrungsbilanz, Gewichtszunahme, auf, und während weiterer vier Monate ist ihre Nahrungsbilanz neutral, keine Gewichtsveränderung. Weibliche Tiere haben während fünf Monaten im Jahr eine positive Nahrungsbilanz und während der verbleibenden sieben Monate eine negative Nahrungsbilanz. Beide Geschlechter zehren während des langen arktischen Winters von ihren Fettreserven. Die Weibchen nutzen darüber hinaus ihre Fettreserven in den Zeiten, in denen sie ihre Kälber säugen. Alter Bulle, Viktoria-Insel, Kanada Gelingt es einem Tier wegen schlechter Weide- und Wetterbedingungen nicht, eine für den Winter ausreichende Fettreserve aufzubauen, droht der Hungertod, meist im Spätwinter und zu Frühjahrsbeginn. Von der Anwesenheit der Muschusochsen profitieren eine Reihe anderer Tierarten, Schneeammern und Spurnammern etwa polstern ihre Nester mit der überall in der Tundra zu findenden weichen Muschusochsenwolle aus. Im Winter fressen Eishasen und Schneehühner von den von Muschusochsen frei gescharrten Pflanzen. In der Nähe von Muschusochsen beobachtet man nicht selten auch Polarfüchse, doch gibt es dafür bisher keine Erklärung. Gestalt und Größe Eckige Klammer auf bearbeiten Eckige Klammer zu. Muschusochsen besitzen eine stämmige Gestalt mit dicken, vor Kälte schützenden Fettpulstern. Auffällig sind der Puppel über der Schulter und der im Verhältnis zum übrigen Körper große Kopf. Ausgewachsene Tiere tragen außerdem eine ausgeprägte Mähne, die vom Widerrist bis zum Hornansatz reicht. Die männlichen Tiere wiegen 300 bis 400 kg, sind 2,50 m lang und erreichen eine Schulterhöhe von ca. 1,50 m. Die Kühe wiegen 200 bis 300 kg, werden 2,30 m lang und bis zu 1,30 m hoch. Muschusochsen im Urkondelta National Wildlife Refuge Die bei beiden Geschlechtern kräftig ausgebildeten Hörner sind mit nach oben gerichteten Spitzen gebogen. Die Hornbasen an der Stirn der Männchen sind als elastische Wülste verdickt und verbreitert, die der Weibchen dagegen dichter beieinander. Die Hörner werden als Waffe gegen Raubtiere und von männlichen Tieren während der Brunft eingesetzt. Die Hörner werden als Wetter hat auf dem Weg gemacht. Was nutzen die zackern und die Flation abläuft. Die Hörner werden als Werte gegen Raubtiere und Szenen gesetzt, die sich beim Raum frede und in die Flation auf den Straßen umfassieren können. Vielen Dank.